Wir wünschen euch von Herzen ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest. Auch wenn vermutlich kein Weihnachtsmann bei euch eintreten darf, hoffen wir, dass ihr einige Geschenke erhaltet, denn ihr wart sicherlich lieb. An jene von euch, die dieses Jahr gespendet haben, in irgendeiner Form unterstützt haben, möchten wir ein ganz besonderes Dankeschön sagen. Ohne euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Daher fühlt euch umarmt und rutscht gut ins neue Jahr. Wir sehen uns hoffentlich alle bald und gesund und munter im neuen Jahr. Macht's gut!